hey hallo ich helfe dir doch ich wurde nicht doch wieder raus ja hallo freunde und willkommen zurück im wilden wahnsinn bei seven days to die mit fanny bauen und den wilden weibern hier sind sie einmal die fanny sagst du hallo 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 und da hinten ist die jenny die hat eine axt auf die schieße ich nicht wenn ich das hier abgehalten hätte ach so wieder recht wo bist du ja ja wie man unschwerden kakthen erkennen kann haben wir jetzt die wüste gefunden und zwar nicht im norden sondern ganz im süden und ich schaue mal ob ich jetzt hier sand finde das sieht ja alles trotzdem sehr clay mäßig aus ich mach mal einen spatenstich ja hier gibt es sand wo bist du hier überall gibt es sand ganz im boden du hast doch gesagt du kannst schneller schippen als ich aufsammeln kann aber aber ich sammle ja selbst ich schippe für dich nein alles gut endlich sand ja dann können wir ja bald flaschen und gläser in mengen produzieren ja wir mussten das weisland wir mussten den schnee wir mussten das brennen land hier durch das ist so ruhig hier vor dem sturm ja jetzt nicht gleich wieder so weit hier wahrscheinlich alle am ausgang der stadt hier kommt einer für dich da aus dem wald da mag noch ein pfeil das mag auch noch zwei oder drei pfeile das ging aber ohne worte wir mussten fast alle zonen durchqueren um endlich dann zu finden aber jetzt haben wir es und ich sehe gerade ich brauche mal einen kaffee so dauert es ja ewig mit dem buddeln so weiter geht's können uns gleich mal noch ein bisschen umgucken ob wir hier eine stadt finden weil ich habe einmal eine wüstenstadt gefunden die wirklich sehr sehr schick gemacht war ist denn das ist hier alles kein sand mehr und ich war nicht nur die erste schicht oder so ja ich war jetzt gar nicht tief naja es ist also wirklich nicht alles sand sondern nur teilweise aber gut auch noch ein doch ja kommt rein kommt nur noch ja 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 naja ich habe erst 45 mal land habe gefühlt in die ganze wüste umgegraben hier ist ein haus nur ein Ein Haus! Ein Einzelnetz! Seid ihr denn überhaupt hin verschwunden? Ach, es geht ja nicht schon weit weg. Ich bin einfach in Süden geholfen. Heute gehen wir doch in Süden. Richtig. Nicht in den Norden. Das ist so ein Farmhaus. Das ist auf jeden Fall so von Weitem aus. Ja, ich komm mal. Ich will auch das Häuschen sehen. Okay. Ah ja, jetzt seh ich auch ein Häuschen. Das ist ja schön, wie einem hier der Sand so als Nebel durch die Luft fliegt. Wo kommt die denn hier? Shit. Die haben ja aus der Luft gefallen. Was ist denn hier los? Fliegende Zombies? Ja echt? Das ist wieder was Neues. Du weißt aber schon, dass du dir in den Kopf schließen musst, ja? Hier, na? Ach, das ist ja nett gemacht. Ja genau. Hab ich noch nie vorher gesehen, also finde ich schön. Ja genau. Ja genau. Ja genau. Ja genau. Ja genau. So, den ersten Stack Sand habe ich voll. Ich hab auch noch zwei dabei. Ich hab auch noch vier. Ich hab auch noch vier. Langsam reicht's. Das ist aber nett gesagt von diesem Großen. Ja ne? Von diesem Großen. Ja ne? Ja von diesem Großen halt. Ach was doch. Wir haben dich schon verstanden. Ja. Und die sind in alle Richtungen Großen gebaut. Da ist noch ein Haus. Ja. Noch ein Haus? Ohhhh. Heute findet die Jenny ja alles. Ich find nur Häuser, sonst nix. Dann werde ich dich mal tracken jetzt. Gleiche, gleiche Bauweise. Und die Zombies ist natürlich. Krieg Angst. Oh, ah, da krieg ich einen. Ich piek's mir hier schon wieder im Kaktus. Wie halten ihr alle hin? Ich bin der Jenny nach, in den nächsten Pferdestall oder wie auch immer. Hier ist so ein Ölfass, wie du brauchst. Ja. Hab ich eben schon einen von gefunden. Da lang. Ich brauch ja nur deine Grabungsspur hier folgen. Ja, ich hab mich bis zum Haus durchgegraben. Auf jeden Fall seh ich dahinten schon wieder Aloe Vera für deine Feuchtigkeitsgräben, liebe Jenny. Ja, ja, ja. Ah, ich hab schon. Danke, danke, danke. Aber nehme ich doch. Gerne mit. Ja. Ist der auch nicht jünger, ne? Ne, ne. Doch. Von hinter. Ah, das sind diese kleinen Kaktinnen-Dinger, ne? Die tun ganz schön weh. Ich glaub die großen tun auch weh, aber... Ja. Versuch! Ja, Vitamin. Kann ich nicht mehr aufnehmen. Also wenn eine Vitamine braucht die Krankschaft, dann sind wir noch voll davon. Ich hör doch schon wieder jemanden buddeln. Ich bin's nicht. Ich hab meine Schaufel vergessen. Irgendwie hab ich nicht dran geglaubt, dass wir hier was finden. Aber weißt du was? Die sind aber auch keine Viecher, ne? Keine Tiere. Das wär ja cool, noch so ein paar Echsen oder so. Ja. Ja, was jetzt noch neu kommen soll. Ähm, in nächster Zeit sind Bären. Sehr interessant. Ich denke mal, die können uns dann auch Schaden zufügen. Also so ein Bär ist ja doch ein bisschen anders zu erlegen als ein Schwein. Und was bald kommen wird, sind so kleine Motorräder. Das wird bestimmt auch ganz interessant. Oh! Ja, cool. Cool. Dann cruisen wir hier durch die Gegend. So, ich folge mal der Jenny. Falls sie wieder Häuser findet. Oder eine Straße. Oder... Wie gesagt, also eine Wüstenstadt. Die würde ich gerne mal wieder sehen. Die hab ich jetzt ein einziges Mal gesehen bisher in diesem Spiel. Da gibt's ja noch wirklich andere Häuser mal. Also ein echter Unterschied zu den anderen Städten. Ich bin am Rand des Bioms jetzt. Aber auf der anderen Seite sieht's auch noch wüstig aus. Ist aber auch so der Anfang. Hast du neu erfunden, ne, das Wort jetzt? Wüstig. Ja, wüstig. Wüstig ist der Hit. Das ist wüstig, wüstig. Du buddelst immer noch. Jo. Ich bin ja nicht genug Sand. Willst du auch ein Stack haben? Ja, auch. Ich glaub ich kann nix mehr aufnehmen. Achso. Dann mach ich das letzte Stack noch voll. Dann haben wir auf jeden Fall erstmal drei. Also ich könnte noch aufnehmen, wenn du möchtest. Ja, dann geht's. Soll ich dir die schön einzeln hinschmeißen? Den können auch bis zur nächsten Möglichkeit sein. 4 Liter. Okay. I think. Dann reparier ich mal grad meine Schippe. Ich hab leider nur so ne Steinschaufel damit. Guckst du. Gar keine dabei. Nein. So, ich mach mal grad ne kleine Mittagspause hier. Ich bin an die Farb. Ich bin an die Farb. Ich bin ein mithilfeierter. Ich bin an die Farb. Ich helfe dir doch, ich buddel dich doch wieder raus. Oh, da hab ich einen. Sein Gesicht hätte ich gerade gerne gesehen, wenn du auf einmal mal tiefer gegangen bist. Kinder, 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 Kinder. Na, wir nehmen dir meinen Sand da weg. Also suchen wir hier jetzt eine Wüstenstadt, ja? Ja, wir suchen auf jeden Fall erstmal noch ein bisschen, würde ich sagen. Dann gehe ich jetzt mal Richtung Westen. Ja, ich glaube für das erste reicht es auch mit dem Sand. Außer im Krieger vielleicht leider eine Chance weiter zu buddeln. Ach, was ist das denn? Da steht ein Schirn wieder oben auf dem Berg. Ja, hab ich auch gesagt, du hast diese Nadel da oben, ne? Genau. Die ist eine Straße, ne? Eine Straße ist gut. Du musst du nicht nur noch entscheiden, in welche Richtung du möchtest. Aber eine Straße ist ein guter Weg, wenn man eine Stadt finden will. Also Süden geht ja jetzt raus aus dem Bion, dann müssten wir jetzt ja wieder zurück. Wäre dann Richtung Heimat. Ja, aber den Weg kennen wir ja zumindest noch nicht. Das ist ein Versuch wert. Ja. Walking. Wolltest du dich vorhin noch für uns singen? Ähm. Nur wenn wir im Chor sind. Ah, nein, 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 nein. Das tue ich euch nicht an. Und Fanny besser auch nicht, ich weiß wie die singt. Ah. Oh, warte. Wo? Wo? Wo schlimm bin ich noch auch wieder nicht? Kein Kommentar, sag ich da nur. Das kann ich nicht mit sehen. Das kann ich nicht mit sehen. Das habe ich noch nicht gesehen gehört. Also mir fehlt der Beweis. Zugzeug. Ja, wie immer nicht zu sehen. Aber wir sind heute schon über einige Kisten gestolpert, so vor der Aufnahme. Stimmt, dir fehlt noch eine, ne Jenny? Fanny und ich hatten ja schon hier eine Kiste gefunden. Du wärst ja mal dran. Ich habe gestern zwei gefunden. Ich glaub das ist schon okay. Schon okay. Alles klar. Tja, jetzt splittet sich das Ganze hier. Eine Minute. Fanny entscheiden. Eine kleine Mickey Mouse. Komm, wir gehen nach hier irgendwo, ne? Nach hier irgendwo, ja. Das ist eine fast konkrete Richtungsangabe. Das ist fast so gut wie hinter Schnauze her. Genau, hinter Schnauze her. Mach mal deinen Kopf da aus der Schussbahn. Was? Was? Ich wollte die Zombie-Dame erschießen. Du hast deine Rübe da einmal vorgehalten. Deinen dicken Melonenschädel. Freundchen. Suche mal eine Freundin. Ich werde extra für dieses Spiel noch irgendwelche Wanderflieder ausführen. Da fliegt sie die Kiste. Jaaaa. Meins, 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 meins. Meins, meins, meins. Ganz gemütlich. Nur auf mich gewartet. Ey, scheint fast so. Mein Invental ist voll. Das ist schon euch klar, ne? Ja. Achso, ich schaue da mal, was ist da drinnen läuft. Äh, ich habe ein En-Force einmal gesehen. Ich habe hier noch eine Glückwunsch. Ich habe hier noch eine Glückwunsch. Ich habe hier noch eine Glückwunsch. was machst du da schön ist also ein glas schon aufnehmen aufnehmen ok ich hab's hier nicht noch mal neun close-up ach sehr gut so, back to the road ihr wisst schon, dass ich jetzt ein 44 Magnum zusammenbauen kann, ne? ja, war's das Buch? ja, cool ja, ich kann mit Magnum zusammenbauen yeah, yeah, yeah würde ja jetzt tanzen, wenn ich könnte, ne? weil ich hänge am Kabel und schade, dass der Magnum nicht dabei ist er kann's dir im Let's Play sehen, ne? Wie das geht? ja jetzt die verfolgen uns hier hey du mein Müll ich baue euch jetzt die Magnums zusammen, bringt mir die Teile ja hab ich dir nicht gestern noch irgend so ein Dilaner-Teil gegeben? ja genau weil ich ja irgendwie nie damit rechne, so was zu finden ok, das Biom endet jetzt mhm ist das denn jetzt weiter Wüste, oder ist das nur am Anfang so? Ich schau mal gerade jetzt finden wir keine Wüste, dann kommen wir aus der Wüste nicht mehr raus ne, das ist jetzt wieder so ein anderes ne, genau, das ist das andere ja gut ja, bleiben wir hier, oder wie? wir können jetzt auch wieder zurückgehen und an der Kreuzung eine andere Straße gehen, in der Hoffnung eine Stadt zu finden das können wir versuchen ja Leute, wir suchen mal nach noch einer Stadt, ähm, ob ich hier nochmal ein Teil mit den wilden Hühnern mache, das, äh, ja, weiß ich noch nicht werden wir mal schauen, wenn die hier meine Magnum Teile klauen ach, ich muss mal meine Munition reparieren ich wollte da mir den Kopf schießen, oder? Komm, gibst du nein nein, sowas tue ich nicht da kommt ein Zombie von der Brücke ich muss erst mal eine Shotgun reparieren, der Zombie muss so lange warten ja Leute, in dem Sinne, ich hoffe ihr hattet ein bisschen Spaß wenn ihr wissen wollt, ob wir das hier weiter treiben und was wir noch so finden also wir treiben es immer erst, wenn die Aufnahme aus ist, nur um das gerade noch zu erwähnen okay, ähm, ja, dann schaltet einfach mal wieder ein so, wollt ihr beide noch was sagen? Bye! Tschüss! und bis die Nächte!